In Niedersachsen mussten bei der aktuellen Politikabiturprüfung die Prüflinge einen Text der Klimaaktivistin Luisa Neubauer analysieren. Das schmeckt der CDU in Niedersachsen gar nicht, denn die sagen, Luisa Neubauer ist Mitglied von Bündnis 90 Die Grünen und die aktuelle Kultusministerin in Niedersachsen ist auch Mitglied von Bündnis 90 Die Grünen. War da irgendwie Mauschelei im Spiel? Außerdem ist das Thema viel zu emotional, um eine Abiturprüfung im Fach A Politik damit jetzt aktuell in dieser Situation ausstatten zu können und die Prüflinge konnten gar nicht mehr so ganz frei ihre Meinung äußern. Was da dran ist, welche Konsequenzen das für die Prüflinge hat und ob da möglicherweise jetzt rechtlich eingegriffen werden muss, zeige ich euch in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner bei WBS Legal in Köln. Und vielleicht kennt der eine oder andere von euch die Klimaaktivistin Luisa Neubauer. Sie ist unter anderem dadurch prominent geworden, dass sie hier die Fridays for Future Demos organisiert hat und auch immer wieder mit Greta Thunberg zusammen zu sehen war bei verschiedenen Demonstrationen oder in politischen Diskussionen. Und sie hat unter anderem ein Essay geschrieben für die Zeit. Und dieses Essay seht ihr hier, habe ich euch auch unten in der Caption verlinkt. Nur weil die richtigen regieren, wird nicht gleich richtig regiert, schreibt sie hier. Was sie da inhaltlich schreibt, sage ich euch gleich was zu. Fakt ist jedenfalls, dass beim Abitur in Niedersachsen genau dieses Essay für eine Politikprüfung herangezogen worden ist und die Prüflinge schauen mussten, ob die Aussagen von Luisa Neubauer zu Einflussmöglichkeiten von Bürgern, Vereinen und Parteien auf unter anderem Klimapolitik stimmen und in welchem Licht sie zu sehen sind. Wie das halt so ist, man muss den Text zusammenfassen und sich dann damit kritisch auseinandersetzen. Es ging darum, dass Neubauer sich in der Messe damit beschäftigt, ob und wie die Klimabewegung und das Klima insgesamt zusammenhängt mit dem Thema Krieg. Also Krieg und fossile Energien haben einen unmittelbaren Zusammenhang nach Meinung von Luisa Neubauer. Sie sagt also, Klimapolitik leistet auch einen Beitrag zum Frieden. Also aktuelles Thema, ganz klar. Da fragt man sich, wo soll das Problem liegen? Kann man ja locker drüber reden in einer Politikprüfung. Naja, aber eine Sache, die zumindest die CDU etwas strange findet. Sie sagen, naja, Luisa Neubauer ist seit 2017 Mitglied von Bündnis 90 Die Grünen. Und wer ist Kultusministerin in Niedersachsen und damit verantwortlich für die AB-Prüfungen? Julia Willi Hamburg. Und welch Zufall, sie ist natürlich auch bei Bündnis 90 Die Grünen. Denn ein Schelm, wer Böses dabei denkt, sagt zumindest die CDU. Die Kultusministerin allerdings ist natürlich nicht zuständig für die Aufgabenstellung. Trotzdem hat es natürlich einen Beigeschmerk. Deswegen hinterfragen die CDU-Politiker jetzt, ob Frau Hamburg nicht auch hier eine Möglichkeit hatte, auf diese Wahl des Essays einer, ja zumindestens eines Mitglieds, Bündnis 90 Die Grünen, hier Einfluss hatte. Ein Sprecher des Kultusministeriums sagt, naja, die Aufgaben für die AB-Prüfungen sind ja schon im Sommer 2022 zusammengestellt worden. Da war Frau Hamburg noch gar nicht im Amt. Also konnte sie gar keinen Einfluss auf diese AB-Prüfungen haben. Und außerdem die Kommission, die sich ja AB-Prüfungen zusammenstellt, die besteht aus Lehrkräften und nicht aus der Kultusministerin. Mit anderen Worten, das Verfahren ist komplett apolitisch. Also ohne irgendeinen politischen Einfluss. Wir wollten hier keine Schüler in Niedersachsen irgendwie beeinflussen, jetzt Grün zu wählen oder grüne Politik zu unterstützen oder ihnen unterschwellig mitteilen. Krieg und Frieden werden auch im Zusammenhang gesetzt mit falscher Klimapolitik oder mit fossilen Brennstoffen. Also der Vorwurf, dass der Text von ganz oben kam, auch aus dem Kultusministerium, ist damit erstmal vom Tisch jedenfalls, dass er da irgendwie manipuliert sein konnte. Nummer eins. Aber, was die CDU auch sagt, die Schüler, die waren doch gar nicht unvoreingenommen. Denn Luisa Neubauer ist erstmal eine, ja, beliebte Person und ihre Statements sind bei den Schülern ja auch beliebt. Dass man sagt, wir wollen weg von fossilen Brennstoffen und hin zu erneuerbaren Energien. Und insofern ist das Thema für eine politische Prüfung und zu dem Oberthema, was man da hatte, politische Partizipation und soziale Marktwirtschaft, viel zu emotional, viel zu polarisierend. Was vermuten die Christdemokraten? Naja, sie sagen, wenn wir eine Klimaaktivistin haben wie Luisa Neubauer, die so sehr im Mainstream steht und so akzeptiert ist und so als gut angesehen wird von den Prüflingen. Prüflinge, die trauen sich doch gar nicht, ihre wahren Emotionen da rauszulassen. Die Prüflinge trauen sich gar nicht, die nur irgendwo anzugreifen, nur irgendwie als schlecht anzusehen. Das heißt, mit anderen Worten, der Text ist nicht kritisch genug für diese Prüflinge, damit sie sich überhaupt kritisch damit auseinandersetzen. Die werden sich zu 100% damit identifizieren, mutmaßt die CDU in Niedersachsen jetzt. Und deswegen völlig ungeeignet für eine Abiprüfung. Abiprüfung. Die CDU will jetzt den Prüfungsmaßstab erfragen. Sie möchte wissen, was genau die Aufgabenstellungen zum Text waren. Die kennt man noch nicht. Offiziell werden die Aufgabenstellungen immer erst nach Vergabe der Abizeugnisse überhaupt entsprechend veröffentlicht. Das heißt, man weiß auch gar nicht genau, was gefragt worden ist. Wer es allerdings weiß, seid ihr. Wahrscheinlich haben wir hier als Zuschauer auch den einen oder anderen, der genau diese Prüfung in Niedersachsen geschrieben hat. Vielleicht könnt ihr ja mal sagen, was musstet ihr dazu schreiben? Wie fandet ihr das? Fandet ihr es eher cool, dass ihr so einen modernen Text hier, so ein Essay aus der Zeit nehmen konntet? Diesen Text analysieren, zusammenfassen und dann eure eigene Meinung dazu bilden konntet und euch kritisch damit auseinandersetzen konntet? Oder hättet ihr irgendeine olle Kamelle aus den 80er Jahren vielleicht lieber analysiert? Könnt ihr ja mal unten in den Comments schreiben. Wenn ihr beteiligt seid und vielleicht auch alle anderen, die ein Politik-Abi geschrieben haben, können ja mal was dazu sagen, wie das abgelaufen ist. Fakt ist aber auch, nicht alle Abiturienten in Niedersachsen haben diesen Text vorgesetzt bekommen. In Niedersachsen läuft es so. Ein Lehrer bekommt von der Kommission, die diese Abi-Vorschläge erarbeitet, drei Vorschläge. Davon nimmt ein Lehrer einen Vorschlag weg. Dann bleiben noch zwei übrig. Der Lehrer sagt, naja, ich will so ein bisschen auf meinen Unterricht abstimmen. Was habe ich den Schülern beigebracht? Und unter diesen zwei Entwürfen könnt ihr dann auswählen. Jetzt könnte man ja noch argumentieren und sagen, naja, die Prüflinge in Niedersachsen, selbst wenn die sich emotional getoucht fühlten von dem Neubauer-Essay, hätten dann halt die andere Prüfung nehmen können, weil sie gesagt haben, mit Neubauer kann ich mich gar nicht kritisch auseinandersetzen. Ich bin einfach 100% ihrer Meinung. Aber das ist natürlich auch unfair. Da muss man sagen, dann hatten die ja nicht mehr die freie Wahl, weil dann ja schon eine Säule weggefallen ist und man dann nur noch auf den zweiten Prüfungsvorschlag gehen konnte. Also insofern hier große Diskussionen. Fakt ist aber, was passiert jetzt unmittelbar? Naja, man muss auch hier sagen, wo kein Kläger, da kein Richter. Denn am Ende des Tages, wenn sich niemand hier benachteiligt fühlt und niemand klagt gegen diese Abi-Prüfung, dann war das nur mediale, politische Stimmungsmache, die jetzt groß, überall hochgekocht ist und nur, wie man so schön sagt, heiße Luft. Denn natürlich müssen sich jetzt Schüler erstmal wehren. Es kann natürlich sein, dass der eine oder andere Schüler sich jetzt denkt, hmm, hier haben politische Parteien wie die CDU ins Spiel gebracht, dass das Thema ungeeignet ist. Ich habe nur eine 4 oder eine 5 geschrieben. Na, dann lassen wir das doch mal überprüfen, ob das geeignet war. Also diejenigen, die hier auf der Kippe stehen, da kann ich mir schon vorstellen, dass sie sich einen Anwalt nehmen und das Thema überprüfen lassen. Ja, und wenn nicht, also da gibt es sozusagen die Möglichkeit, irgendwie Widerspruch einzulegen am Ende und dann eben Einsicht zu nehmen, ob sie unfair bewertet worden sind und, und, und. Fakt ist aber auch, dass ich mir gut vorstellen kann, dass nur ganz vereinzelt Schüler das versuchen werden und dass es gerade keine große Klagewelle geben wird. Luisa Neubauer hat sich gefreut in ihrer Insta-Story, dass sie Gegenstand einer aktuellen Abi-Prüfung war. Sie hat auch viele Nachrichten von Schülerinnen und Schülern bekommen, die gesagt haben, finde ich total cool, dass du, dass dein Essay hier mir zur Analyse vorgelegt worden ist. Also Schüler, die ihr geschrieben haben, jedenfalls fanden es eher gut. Bin ich mal gespannt, was ihr dazu magt, postet, schreibt, postet in die Comments. Ich meine, ein bisschen viel heiße Luft seitens einiger politischer Parteien hier. Wir müssen es trotzdem mal gehört haben und beobachten. Eine Aktion übrigens, die nichts mit Luisa Neubauer zu tun hat, aber mit Anhängern der letzten Generationen seht ihr hier, da geht es ums Bundesverkehrsministerium. Mit einer Löschkanone eines Feuerwehrautos haben die das Verkehrsministerium bespritzt und bemalt. Guckt mal, wer dafür in die Haftung kommen kann, habe ich euch hier nieder diskutiert in diesem Video. Bleibt mir treu und schaut da auch nochmal rein. Ich danke euch für Ihre Aufmerksamkeit. Tschüss und bis morgen.